Gut, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Da kommen auch unsere Freunde schon. Hallo Freunde, wie geht's euch? Nicht mich niederfahren. Ei. Ihr bleibt hier draußen, ich kümmere mich um den Deal. Los geht's. Los, wir gehen ran. Hi. Hey. Ich bin hier auf behalf des Ray Buccino. Na, da hoch. Die Ränder nur mit den Waffen da rum. Alter, dann muss ich eben da hoch. Oh mein Gott. Beeilung. Schönes Museum. Haben die nur Dino-Knochen hier, oder was? Ja, beilt euch halt. Was hat... Oh, doch runter. Alter, ich könnte mich aufregen wieder. Oh, Dom. Nein, doch nicht. Ach so, ihr gehört alle dazu. Okay, ich hab gedacht, das hat irgendwie das Personal. Da muss ich doch da hin. Behindert. Hi. Ich glaube, ich sollte euch jetzt schießen zu von vorne rein. Aber das sollte ich doch nicht. Los. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Also ich folge mit Nico. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay. Let's do this. Let's do this. Come on, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. No problem. Amiga. There it is. Hör auf, auf mich zu zielen. Die ist beautiful. Tja, scheiße gelaufen. Do something stupid, okay? Fuck out! Just do shit, man. Come on! Jawohl. Die Mission erlebt man aus dreierlei Sicht. Von allen dreien. Auch shit, den. Ich sollte ich nicht mit euch abgehen. My back gets you all. Er hat so, du, Schustergott. Gott. wo ist das war, Nico ok, ok, geh auf Deckung was, das war Nico nein, oder? scheiße scheiß Dreck woher sollte ich denn das wissen ok, nochmal von vorn ok, Nico kümmert sich um die unten da ist er ja hi Nico er wird urisch löchert ich helfe ihm ein bisschen ok, wir müssen aber auch an faking you fette Italena oder was auch immer du bist nein, ich glaub, Jude gut, Nico ist, glaub ich, schon draußen ok oh ja, ich hab ja die beiden vergessen shit die brauchen ein bisschen Erfahrung ich telefoniere ein bisschen gemütlich Terry man, ich brauche euch um die Levertonien ASAP meet me at the north entrance ok ok gut, gut sag ich runter oh wer lebt denn da noch wo denn wo da hinten au ey, scheiße schwendet nico ist bereits draußen ich hätte einfach zu ihm runterspringen sondern dann hätte ich mich gemeinsam mit Nico durchkämpfen können oh nein muss es wieder alleine durchziehen oh, 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 oh könnt ihr mir einfach sagen, wo ihr seid danke, das wird mir einiges einfacher ich hab ihm aber auch geholfen ja, das Lave ist ziemlich stark Arschloch ey, das spielt auch unfair der Beinzler war auch schon da warum habt ihr den nicht bereits erledigt, der droht hab ich schon gedacht design oh, ey wie viele von denen aber er merkt es bemerkt dass die Polizei nicht wo haben wir unsere Bikes da ok 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 okay die Knaßen Blickfeld was gut gemacht okay können wir ab und sie starten Jahr die Werke Das ist auch nicht mein Biker, weil egal. Oh, okay. Vielleicht nutzt du mir sogar mehr, wenn du da hinten sitzt. Ja, flüchten wir durch den Park. Oh, wie sollen die erledigen? Okay. Ich dachte, wie sollen die... Ach, komm. Ach, sag mir das einer vorher. Wie uncool. Komm, wir holen die uns noch. Wenn ich das jetzt auch... Wenn wir das jetzt auch noch verpassen, dann ist es auch ziemlich scheiße gelaufen. Ach komm, das schaffen wir noch. Ach komm, das schaffen wir noch. Ach, Beeilung. Ich meine, da enthüsten die uns noch. Die können ja nicht mehr so weit entfernt sein. Ich hab zwar viel rumgeschießen, aber trotzdem... Hör auf zu... Grafik backen. Ja, hör auf zu backen. Hey. Wie oft ich dieses Wort schon gehört habe. You stupid malacka. You're not getting back to Ray, boys. Ja, wenn ich mich so lange rumärgere mit denen. Aber da ist einer schon. Warum haben die mich von vornherein schon rumgebracht? Was zur Hölle? Nein, nicht über mich fahren. Ah, schieß halt! Das ist das nächste beste Auto. Auf vorne sind sie. Tschüss. Oh Mann, übertreiben. Alter, übertrieben lang Ich will mein Motorrad zurück Ach komm, mach mich nicht fertig Hi Jungs Ich hätte gerne eins von euren Bikes Okay, jetzt bellen wir uns aber Oh mein Gott Wie Johnny überhaupt nicht fahren kann Ich will das jetzt noch in einem Part reinkriegen Jetzt behalte ich Alter, das dauert Oh, jetzt haben wir ihn Er hat einen Unfall gebaut Okay Und los Gut, aber ich sag's schon mal Obwohl, ja, ich schneid's später noch das Gespräch rein Bis gleich So, hier sind wir schon Vorsicht Jetzt behalte ich halt mit dem Gespräch Ja, ja Lieber nicht Okay Okay Okay, wir sehen uns das nächste Mal beim neuen Part von Let's Play GTA 4 The Lost and Damned Was zur Hölle Noch ein Gespräch Okay Okay, Johnny Nicky tells me you got away with the money Bring it to me Nico said that Dude, that's weird Shit was kicking off Hätte ich ihn auch noch töten sollen wie vorher I just wanted to get out with my life You better not be pulling nothing, Johnny Or I'll stop pulling your fucking teeth Ja, ja, halt die Schnauze Halt dich Ja, Schnauze Tschüss Auf Wiederschauen Ich bin reingehaut